Willkommen zum neuen Video von Milana. Ja. Ja, heute haben wir wieder was ganz Tolles vor. Ja, wir holen, ich hol das gleich, aber wir zeigen euch das jetzt. Warte kurz. Das ist ein Dino, ein Dino. Saurier. Ja, zeigen wir euch einfach am besten mal. Ja. Hol mal kurz. Das ist so ein Spiel hier. Warte. So sieht es aus besser. So. Und jetzt machen wir das. Warte mal ganz kurz. Ich will mal kurz was dann überzählen, Schatz, noch nicht auspacken. Ja, es ist ein Dino. Da wird ein Schlauch angeschlossen und dann sprüht das Wasser. Wasser aus. Ja, aus den beiden Nasenlöchern. Ja, aus einem Loch. Das zeigen wir euch gleich. Wir bauen das mal kurz auf. Wirst du es aufmachen? Ja. Warte mal, ich mach dir Kleberle weg. Mhm. Weil das ist doch ein bisschen... Du darfst das auspacken. Hier ist perfekt schon ein bisschen Schlauch schon drinnen. Nein. Einfach nicht. So. Die Verpackung schmeißen wir weg. Nach vorne. Damit sie später nicht stört. Komm wieder an die Seite. So. Ja, und jetzt müssen wir das nur noch aufpumpen. Halt was, was? Ja. Du musst mal aufpumpen. Oh je, jetzt muss ich erst mal aufpumpen. Gebrauchst du noch nicht? Ah ja, das ist auch. Okay. Magst du auch? Da gibt es noch einen. Also, das mache ich schnell. So sieht der Dino aus, so ein großer... Da steht hier, so, auf dem Rasen und hier kommt das raus. So, jetzt versuchen wir das anzuschließen. Gib mal her. Da ist das Ventil zum Anschließen. Wozu ist das hier? Das ist dann zum Ablassen wahrscheinlich. Aber ist auch egal. Nein, es bringt mir die Hunde weg. Ich glaube, das ist nur das Wasser. Zum Festmachen, warte. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir den Schlauch holen. Irgendwie ist das ein bisschen cool. Guck mal. Ich denke, das ist da nicht so. Siehst du? Hier muss das der kleine rein. So, okay. So. Jetzt hole ich mal den Schlauch. Du musst das abmachen. Das geht ab. Ja. Genau. Der schießt sofort los. Papa, danke. Du musst schon mal deine Schuhe ausziehen. Wohre mal anziehen. So, Angelina, du kannst auch zu uns kommen. So, wir starten. Ja. Okay, wollt ihr zuerst zur Seite gehen? Ja. Okay. Das macht euch Spaß. Aber es ist kalt. Und los. Hast du Angst? Susanna hat, glaube ich, Angst. Nein, das ist cool. Geh rückwärts rein. Alter, ich bin klein nass. Mach Augen zu und durch. Ja, ey. Ganz schnell. Willst du mit mir stehen? Nein, nein, nein. Guck mal, wie ist es? Ja, Mila. Mama, ich meinte mich vor. Ja. Und jetzt. Und renn, renn. Nein, schnell, 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 so wie Angelina. Zack. Und du auch jetzt. Und schnell. Mama, ich mach dich hier. Ja, mach. Ich krieg dir recht so viel ab. Ja, ich krieg dir jetzt aber so nicht schlecht. Mama, ich krieg aber was ab. Ich krieg dir sogar. Weißt du, weißt du schlecht? Was ist schlecht? Es ist nicht schlecht. Nein, das ist cool. Es ist gut. Ja, gut. Du bist also nicht mal durchgelaufen. Cool, ne? Komm, hier. Komm mal hier. Komm, schnell zu mir. Ah. Hat ein bisschen Angst. Guck mal, der Angelina ist draußen. Was ist hier? Ja, es ist kalt. Bist du wasserscheu? Okay. Ja. So, das Spielzeug. Ja, Fazit. Wie fandet ihr das? Das war gut. Nur das Wasser war ein wenig zu kalt, oder? Nein, für mich nicht. Für mich ja. Nächstes Mal müssen wir warmes Wasser da. Ja, Melana hat ein bisschen Angst vor kaltem Wasser. Aber insgesamt wollten wir auch nur sehen, ob das überhaupt gut funktioniert. Und wir haben das für 7 Euro gekauft. Ist für die Qualität ein bisschen teuer, aber hat wirklich einen hohen Spaßfaktor. Und nächstes Mal, wenn es warm ist, haben wir vielleicht auch ein nächstes Video, was Mama mir im Sommer oder so bestellen wollte. Also, aber... Ach so. Das brauchst du noch nicht erzählen, Mannschaft. Das werden wir noch gucken. Und was wir sagen können ist, das können wir weiterempfehlen. Das wird Spaß machen. Das werden wir auch noch oft nutzen. Stimmt's? Mhm. Ja. Danke fürs Zuschauen. Aber nicht im Video. Nein. Also, wir würden uns freuen für ein Like, Daumen hoch. Ja, und auf die Klinge draufdrücken, dann da oben ist so ein Viereck, da draufdrücken, dann können wir es auf dem blauen Stick und dann verpasst ihr keine Videos von mir. Genau. Abonniert, wenn es euch gefallen hat und wir würden uns über ein Gefällt mir freuen. Und bitte guckt diesen Video bis zum Ende. Ja, wir sind ja schon am Ende. Tschüss. Tschüss. Tschüss.